So, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent New Eye Let's Play Und ich glaube, ich musste noch irgendwas machen, ne? War da nicht irgendwie noch was? Ey Aber er will eh schon noch was tun Wie wir hier sehen Hm, ich hab da nämlich Gerade vergessen, was genau uns noch gefehlt hatte Ah, wir haben das noch nicht gemacht Genau, wir müssen da nämlich noch rein So, die Kamera muss noch weg Und Die muss noch weg So Lass mal gut sein So Okay Ähm Irgendwas schießt hier noch so dumm rum Wir essen das Du So Ach du Scheiße Jetzt haben wir noch so viel Zeug wieder Ich hasse diese blöden Kackminen So Auf jetzt hier So, das noch ein Schalterli So Das müssen wir jetzt noch tun Ähm Auf jeden Fall erstmal speichern, würde ich sagen Äh, ja, hier drauf Das kann nur richtig sein So Ähm So 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 Geh zu irgendwas, ne Ja Entscheide dich, was du möchtest Oh Oder haben wir da jetzt alles durch Weiß ich nicht Ich teste mal aus Wir standen bei Shift F8 noch Haben wir das letztes Mal schon durchgelesen? Weiß ich gar nicht Ne, kann ja nicht Da wären dann Oder? Keine Ahnung, grad Ich bin da meint, dass wir letztes Mal schon drin waren, oder nicht? Naja, gut Na, ich glaub, das hat man letztes Mal schon gelesen Ähm Na gut Aber noch was ist da nicht, ne? Ne Aber den richtigen Stand hab ich doch geladen Naja Müsste ich eigentlich So Okay Vielleicht reicht das jetzt hier aus Ach komm, jetzt stopp mich nicht, du kackte Dinge Mann Stopp mich das scheiß Guideboard auch noch, ey Das will man doch einfach nicht Ja, haut ab, ihr scheiß Dinger Ah Tatsächlich, da fehlt mich jetzt noch der Schalter Wie sollen wir denn das Letztes Mal noch nicht Abgeschlossen Oder war ich letztes Mal doch noch nicht dran? Äh, zuh Den Schalter haben wir vergessen Gut, okay Jetzt muss es doch aber mal langsam mal gehen, oder? Ich hoffe doch mal So Ah, jetzt kann man den Schalter Genau, den wollte ich doch letztes Mal schon holen Eigentlich, oder nicht? Na mein, dass wir da doch schon wollen Wenn man nicht gespät wird, keine Ahnung Oder Ach, keine Ahnung Ich weiß es nicht mehr Ach, du Scheiße, was wirst du denn jetzt? So Vielleicht hatten wir das ja doch noch nicht Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren Oh, sterb halt Hast dir gar nichts Ah, hast dir gar nichts zu melden, Junge Verpiss dich So Haben wir jetzt unsere Ruhe von euch Ich hoffe doch So Speichern Wie ist Ist da jetzt irgendwas ganz viel Schaden gezogen? Liegt der einfach irgendwie Ach, die Scheiß-Mine Weißt du was, Mine? Kann sich darum kümmern Oh Die Scheiß Wie das Scheiß-Guydebot immer in die Tür aufmacht, ne? Ist aber auch nichts drin Und da eh nur Munitionsverschwendung Naja gut Hier ist aber auch nichts mehr weiter, oder? Speichern So Was haben wir denn hier? Was ist denn hier noch alles? Ich bin neugierig Ich muss das erstmal erforschen, was hier überhaupt ist Lass mich doch da mal hoch Bin ich schon der Gegner? Oder warst du das? Ne, ich mein, der Gegner gehört zwar Ach, jetzt sind wir hier wieder Das ist ja wieder alt bekannter Ort hier Ja gut, dann können wir ja wieder runter Dann scheint das ja alles eine Verbindung jetzt auch wieder zu haben Gut, wo ist jetzt dieser Scheiß-Schalter? Ja, genau Da solltest du mich jetzt mal eben hinbringen Interessiert mich jetzt gerade mal, wo der ist So Dass wir das Ding jetzt auch mal abschließen können Hier so langsam Da ist noch Schildraum Nicht denn da jetzt noch Schildraum Das Ding gefällt mir nicht gut Das Ding gefällt mir Das ist das Ding, warum ich das nicht gut finde Wo muss ich denn jetzt hin? Sag mir, wo dieser Kack-Schalter ist So, du weg Weg Wo ist der Scheiß-Schalter? Wer ist der fucking Schalter? Mensch, scheint nur eh das so schlimm zu sein Oder doch noch irgendwas anderes Ne, du bist schon kaputt Wer, wer denn? Verfluchter Scheiß Seid ihr das nur? Hast du dich gerade selbst ausgenockt? Hm, anscheinend nicht Da ist er noch Oh Gott Wo bist du? Da So Na ja, Schild sieht nicht so toll aus Hauptsache ich finde diesen Kack-Schalter jetzt endlich Wo ist denn der? Scheint aber kein dauerhaftes Spawner zu sein Oder? Ich hoffe es So, welcher Schalter jetzt? Komm Ja, schön wenn du mir das mal eben sagen könntest Welchen Schalter du jetzt meinst Ja Fliegst du so schön rum Ich bin aber immer noch nicht schlau, was du jetzt hier willst Du bist am Ziel Ja, schön Ich sehe hier Ah So Schön versteckt Gut Gut Jetzt Kommen wir jetzt zurück Würde ich Vermute Da kommt bestimmt jetzt wieder was Neues raus Halt still Warne dich Da müssen wir sogar hin So Da sind schon wieder Minen Gut Ja, lass mich in Ruhe du Fuck-Ding Meine Fresse So Gut Kommen wir jetzt endlich raus hier Natürlich noch sinnvoll Wenn wir noch ein bisschen Waus-Munition fänden würden, ne Natürlich vielleicht auch ganz nett Ich denke mal, dass jetzt der letzte Rest ist Und hier lag doch so viel davon rum Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was von mitnehmen Jetzt müsste ich den Traktor und den Robus nochmal finden Ich könnte mir aber denken, wo der ist Ach, wenn man denn mal halbwegs schneller fliegen könnte So Der könnte ja draußen gewesen sein Hier hoch Da siehst du da schon die erste Gang Da war's Oh, sehr schön Die hat auch gut was gebracht Schau Für die nächste Mission werden wir das sicherlich benötigen Ah, hier Ja, wunderbar So Mehr wollte ich doch gar nicht So Eigentlich auch ein bisschen verschwendet im Grunde genommen Aber das kann ich ja sonst noch mal extra speichern So Und mache ich das jetzt da drauf So, und dann Vollgas jetzt Ja, geh auf, du Köckding Auf Auf So Auf Was sind da? Kommen wir jetzt hier rauf Na endlich Lüge an MV Hervorragend Sie haben die Daten eingespielt Falls die KIV noch nicht weiß, dass sie hier sind Werden sie es bald bemerken Kommen sie da lieber schnell raus Lustig wie die ganzen Mieter Gut Dann Habe ich jetzt auch gut davor gespeichert Hab ich Ja gut Dann sehen wir uns Dann gleich Beim nächsten Part wieder Mit dem nächsten Aufnahmeprogramm Dass wir das neue Briefing sehen können Ja Ich danke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Mit Level 11 Bye 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 bye